Das Leveln dauert jetzt alles natürlich ein bisschen länger. Machen wir dem Pizza-Face mal ein bisschen Konkurrenz. Der ist auch schon Stufe 22, ey. Jo? Jo. Ich bin eine Einbahn-Apokalypse. Was gibt's da zum Glotzen? Es ist Zeit, um zu handeln. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Okay. Die kommen. Ich versuch's. Ach, von da kommen die Gegner. Okay. Deswegen die roten Streifen hier. Macht alles viel mehr Sinn jetzt. Angreifer nähert sich. Macht's hin, verdammt doch mal. Hä? 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 Oh, ha. Oh, ha. Ah, kann ein Snipe, okay. Das hat ja auch gar keinen Impact auf einen, also ich habe das ja nicht mal gespürt, dass ich irgendwie von einem Sniper getroffen wurde. Ich glaube, das wäre alles hier der Soldier. Aber nur gut, Punkt A verteidigen, das sollte ja nicht das Problem sein, drei Minuten lang. Alter. Aber man merkt schon, es wird anspruchsvoller. Ich kriege nicht mehr die krassen Sachen hin. Es liegt zwar hier auch gerade auf dem Sofa voll, naja, ich sollte mich vielleicht entsetzen, aber trotzdem ist es echt schwerer geworden. Ich kriege nicht mehr die krassen, aber das ist echt schwerer geworden. Ich kriege nicht mehr die Krassen. Das ist ein Ding. Das war's für heute. Der ist das doch! Wo seid ihr denn alle? Ich weiß nicht, wo mein Team ist. Wir sind ja nicht mal tot. Wow. Neue Verteidigungsposition Zielpunkt verloren. Good job, boys. Verteidig doch einfach! Objective! Verteidigung! 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 Das macht er halt auch einfach so gut, ne? Fuck you, ey. Okay. Ich hab viermal Scheiße wiederbekommen. Sehr gut. Oh, das ist cool. Echt cool. Wir können uns ja im nächsten Part mal entspannt komplett alle Skins und so alles mal anschauen. Für die, die es noch nicht kennen. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Der Tod ist unter euch. Mein Schild schütteln. 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 Was? Einer hat halt die Bombe, der direkt vor dem Eingang platziert. Und ja. Warum geht's nicht weiter? Oh. 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 Okay, kommt Okay, kommt Okay, ich hab das Ding aber gut vorangebracht, würde ich sagen Okay Was ist das? In einer Minute müssen wir das Ding hier so weit voranbringen, das ist unglaublich. 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 Das war's. Uiuiui. Na gut. Das Highlight schauen wir uns nochmal an. Und dann war's das mit diesem Part. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.